Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mal Pre-Stars mal wieder. Und kennt ihr diese Sachen? Das soll angeblich 3 Uhr nachts passieren. Und Leute, ihr seht es auch gerade. Es ist kurz vor 3. Und die fragt mich, vielleicht gibt es ein Geisterskin oder gibt es Pro-Stars ein Geist? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber ja, wir machen heute was passiert, wenn wir Pro-Stars 3 Uhr nachts spielen. Wie sind die Gegner? Ja, okay. Und lang wie ich das Spiel losbeginn. Und Leute, im 3 Uhr nach muss man natürlich leise sein. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel reden. Oh mein Gott, blau. Okay, das könnte ein Seeg werden. Aber ich wollte eigentlich gar nicht diesen Spielmodus machen. Also präsentieren, sondern Solo. Aber egal. Schnappt euch den Diamant. Gut. Ey, er pusht uns. Hey, wo ist der? Bin ich dumm? Kommt so ein Gifttränker. Er pusht unsere Base. Aber der hat nicht mit dem Bären-Tank gerechnet. Easy Win. Denke ich. Okay. Oh, ich habe gerade mein T-Mate angegriffen. Ist klar. Der Arme. Also. So. ok leute ich habe kein ding für den kind spaß aber ich habe doch am wenigsten gearbeitet sagt er und hat am wenigsten gemacht warum bin ich star spieler was gibt es hinsinn warte mal pick ring heißt auch taub oder ach keine ahnung ok und drei winters kommen wohl sehr gut gewinnen und akku keine ahnung was es bringt leute ich würde sagen ich bin schon mal so gut gucken wie es hier so ist ok ich leckere bamm 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 genieter gegen genieter sehr spannend da ist das war ja komplett also in soli verliert man sehr oft glaube ich um drei keine ahnung und dann komm nächste runde die planung ist es zu tun aber ist mit ihnen Eliminium. Bam, bam, bam. Zack, zack, zack. Und bam. Bam, bam. Oha. Das ging leichter, ich gedacht. Ich bin ohne die Lust hier. In dem Spiel. Wo ist der Gegner? Soll ich mich im Feld vercampen? Wie Trimax? Nein, Spaß. Aber. Er macht das ja nicht, aber. Kann man hier noch einen Killer abstauern? Oh mein Gott. Okay, ich lasse es sein. Oh oh. Ich kann nicht schießen. Okay, das war sehr Lust. Okay, das war sehr Lust von mir. Okay, wünsche ich mir jetzt Glück in der Runde. Die heiligen Geister werden mich beschützen. Spaß. Naja, was für Spaß? Keine Ahnung. Aber ich bin so Lust, ne? Egal, dann könnte ich jetzt so machen. Da habe ich gleich drei, wenn ich Glück habe. Oder auch nicht. Ach ja. Mein Elm ist wieder an Feierkappe. Aber ich kann nicht wahr sein. Nee, so lächerlich, Leute. Was ist das? Na, ne? Digga. 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 Abonniert auch gern Monkey, Tashi und Esio, Stani und ACTV und Maxify. Ey, schieß doch. Es läuft. Ich will aber eigentlich auch... Okay. Ey. Ich mache jetzt ernst mit dem Letz, ne? Ich mache das. Nee. Zonen. Zonen macht Augen. Geht, oder? Ja, hier kommt man leider nicht durch. Oh mein Gott. Bärchen. Kommst, hast du? Und Lukas Brusters. Und gleich. Und Kno könnt ihr auch gern ausschalten. Die sind auch nett und cool. Okay, kommen wir hier mit der Energy. Was braucht ihr noch immer? Nee, kann ich auch. Okay, wenn der Bärs jetzt schafft, alle liken und abonnieren. Okay, Bärchen, komm. Oh, nee. Nein, ich habe so verloren, oder? Nein, aber mein Bär lebt noch. Egal. Die Leute, lasst doch gern Like und Abo da. Und bei den Dachdruck könnt ihr es auch gern machen. Komm, den müssen wir pushen. Ich zwei gleich, so beide lau. Oh. Ich brauche nicht. Bärchen. Mach. Dann kann ich dich verkampfen. Spaß. Und ich wollte auch noch ein kleines Video machen, weil drei Uhr nach. Ich wollte eigentlich schlafen, Leute. Aber natürlich gibt es keine Geister. Also, ja, vielleicht schon. Aber nee, gibt es nicht. Keine Angst. Ey, 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 ey. Was war ein Kreisgar? Bitte, bitte. Ist der Name? Okay. Nächste Runde, würde ich sagen, würde ich sagen, oder? Der ist anders low. Wer heilig ist. Ja. Hm. Er gewinnt. Er kann halt wirklich gut gewinnen. Hm. Ey, schieß doch. Er ist so low. Kleiner Klopfsch da oben. Oh mein Gott, wie low der auch ist. Ja, gut. So. Drei Spieler. Die sollen nicht mal gegenseitig gehen. Ich camp hier. Spaß. Leute, ich gehe natürlich pushen. Kein Ding. Hä, wo sind die? Hä? Da hinten. Oder? Hä, nee, doch. Okay, wir müssen jetzt auf rosa gehen, weil es gibt meist viel Leben. No way. Na ja, dritter Praktik, ja. Die Leute, dann. Gute Nacht oder schönen Abend. Guten Morgen. Kommt ganz drauf an, wann ihr das Video seht. Okay, bye, bye. Haut da rein. Hadi. Haut da rein, Leute. Ciao, Freunde. Das war's mit dem Video.